Hi und hallo Freunde des Spielkults, ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe eures Lieblings-Wochenmagazins, hoffe ich doch, dem Spielkult-Weekly. Also los geht's und viel Spaß! In den letzten Tagen neu von uns rezensiert The Great Split. Da werden wir zu Kunstsammlern, die sich auf einer Gala gegenseitig Angebote machen. Jeder bekommt ein eigenes Spielertableau mit diversen Fortschrittsleisten, dazu Handkarten, die in jeder Runde um eine Karte erweitert werden. Immer das Handkarten-Wirmit beachten. Diese Karten müssen nun mit der Trennkarte in zwei Hälften geteilt werden. Dann kommen sie in den eigenen Umschlag und werden dem linken Nachbarn übergeben. Von rechts gibt's natürlich auch ein Angebot. Aus diesem suche ich mir dann eine Hälfte aus und gebe den Rest zurück. Vom linken Nachbarn erhalte ich den Rest meiner angebotenen Karten. Die Symbole auf den Karten liefern dann entsprechend Schritte auf den Leisten. Bücher, Büsten, Edelsteine, Geld oder Siegel. Die leisten wiederum teils auch Bonusschritte. Nach jeder Runde wird der Marktwert der Büsten zufällig gesteigert. Zudem gibt es während des Spiels und am Spielende drei Wertungen. Bei den Büchern werden die erreichten Banner gewertet, bei den Büsten die Positionen des Markers im Vergleich zum Marktschieber und bei den Edelsteinen wird die weniger gesteigerte Leiste im Wert verdoppelt. Zum Schluss gibt's dann noch die Auftragswertung, bei der die erreichten Symbole auf den Leisten oben mit den dazu passenden, erreichten Sternen auf den Siegelleisten unten multipliziert werden. Der eigene Charakter bringt Startressourcen und zusätzliche Punktemöglichkeiten am Ende. Über die Gestaltung von The Great Split kann man diskutieren. Dazu sollte man sich vorab eingestehen, dass das Thema austauschbar ist. Letztlich würden auch Früchte als Symbole genauso funktionieren, wie eben diese Kundschätze, die recht simpel dargestellt werden, aber überaus zweckmäßig. Nun wirkt die Optik des Spiels auf manche eher steril, ernüchtern. Anderen, dazu zähle ich mich, finden die zurückgenommene Grafik sehr ansprechend. Auch wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass das ganze Spiel im passenden Art-Deko-Stil designt ist. Von mir aus an dieser Stelle ganz klar Daumen hoch. Zum Spielerischen, da verwendet The Great Split das bekannte iSplit-YouChoose-Verfahren, allerdings mit dem schönen Kniff, dass immer ein Teil des eigenen Angebotes zu mir zurückkommt. Und so ist es dann keineswegs eine banale Frage, wie man die Karten sortiert und an welcher Stelle man sie trennt. Und dann mache ich meinem Nachbarn ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Natürlich nicht ohne Eigennutz, denn ich möchte ja die andere Hälfte für meine Zwecke haben. Bemerkt er das, gibt er mir gar das zurück, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Freude und Ärger liegen da eng beieinander, aber im positiven Sinn, denn dadurch entstehen trotz einfacher Klötzchenschieberei auf Leisten witzige Emotionen, die nicht selten mit einem suffisanten Kommentar versehen werden. Sehr gut, acht Kultpunkte, wenn ihr das Spiel gar in großer Runde spielt und der Draftmechanismus, also hier das mögliche Wandern der Karten im Kreis, so richtig zur Geltung kommt, dann auch noch mit einem Aufschlag und somit neun Punkte. Great, eine eigene Videoreview, in der ich euch das Spiel noch ausführlicher vorstelle, gibt es separat auf unserem Kanal. Tick-Tack-Boom Color Flash ist eine weitere Edition aus der Tick-Tack-Boom-Familie, die in den 90er Jahren gegründet wurde. Damals gab es Silbenvorgaben, zu denen passende Wörter genannt werden mussten, danach folgten weitere Ausgaben, immer dabei die sogenannte Bombe. Ein tickender Timer, der irgendwann zufällig mit entsprechendem Krach über die Soundausgabe die Runde beendet. Wer das Ding dann in der Hand hält, bekommt eine Strafkarte. In dieser neuen Edition sind es nun Themenkarten, zu denen passende Begriffe genannt werden müssen. Zum ersten Mal leuchtet der Timer dazu auf Knopfdruck in einer von vier Farben und der Knopf wird bei jeder Übergabe gedrückt. So muss also jeder immer schnell zwischen den Themen switchen, um einen zur Farbe passenden Begriff zu nennen. Der Nervenkitzel, der vom Timer ausgelöst wird, wenn er nach jedem passenden Wort weitergereicht wird, war schon immer das Alleinstellungsmerkmal von Tick-Tack-Boom. Natürlich ist der Ausgang dann nicht wirklich planbar, da kann man stets gute Begriffe nennen und trotzdem geht das Ding immer dann hoch, wenn man es gerade selbst in der Hand hält. Da ist dann immer eine schöne Portion Schadenfreude der anderen mit im Spiel. Für dieses Erlebnis gibt es von mir auch heute noch gute sieben Punkte, wobei meine persönliche Tendenz bei der neuen Ausgabe dann auf sechs Punkte abfällt. Die Ursprungsausgabe war, mit den einschränkenden Silben noch trickreicher Wörter zu den vorgegebenen Themen zu finden und dabei keine weitere Ebene der Einschränkung zu haben, ist dann doch recht simpel, zumal die Karten auch nach wenigen Partien bekannt sind und man letztlich dann bei jeder Themenvorgabe, die man aus einer anderen Runde bereits kennt, einfach wieder dieselben Wörter nennen kann. Das ist etwas schade, denn die Idee des Farbwechsels ist reizvoll, führt jedoch dazu, dass man immer schnell umdenken muss. Eine zusätzliche Hürde, wie bestimmte Buchstabenvorgaben, hätte dem Spiel hier noch ganz gut getan, um auf Dauer eine größere Herausforderung zu generieren. Ein paar Worte noch zum Material. Der Timer funktioniert gut, der weiße Knopf zum Drücken für einen Farbwechsel ist allerdings nicht sehr präsent platziert. Bei mitspielenden Personen mit einer Farbsehschwäche müsste zudem gegebenenfalls eine andere Person immer kurz die Farbe ansagen. Womit ich ein Problem habe, ist die Darstellung des Timers, dass einem eine Bombenattrappe hochgeht, während man sie in der Hand hält, ist gerade in den heutigen Zeiten doch etwas unsensibel. Wir spielen bei unseren Spieletreffs zum Beispiel auch mit Kriegsflüchtlingen und da ist das Gimmick dann eben nicht so lustig. Das kann man natürlich ganz leicht abstrahieren und übrig bleibt dann eine leuchtende Kugel, die auch einfach mit der Bezeichnung Timer genauso ihren Trail verursacht. Vielleicht in der nächsten Edition einfach mal ein neues Setting einführen. Der Spielspaß, der durch den Nervenkitzel entsteht, würde darunter nicht leiden. Café Delgato macht uns zum Barista. Jeder besitzt mehrere Tassen, die er mit schmackhaften Kaffeegetränken füllen möchte. Da gibt es die weißen Felder für die passenden weißen Milchsteine und die braunen Felder für die passenden braunen Kaffeesteine, die es in unterschiedlicher Wertigkeit und mit verschiedenen Symbolen auf dem Angebotsaufsteller gibt. Im eigenen Zug habe ich dann immer verschiedene Optionen. Ich kann so einen Stein aus dem Angebot kaufen, wobei ich immer den Preis der Zahl auf dem gegenüberliegenden Stein bezahle, in den oberen Reihen mit einem Aufschlag. Habe ich eine Tasse passend gefüllt, kann ich sie servieren. Dafür berechne ich dann den Wert aus den aufgedruckten Zahlen der verwendeten Steine. Zuckerwürfel können diesen Wert noch erhöhen und so erhalte ich dann den Siegpunkte-Marker in der Höhe des Wertes oder einen niedrigeren. Der Clou wähle ich freiwillig einen niedrigeren, erhalte ich die Differenz in Münzen ausgezahlt, die ich ja zum Kauf neuer Steine benötige. Weiteres Geld liefert die Zusammensetzung der Kaffeespezialität anhand der Symbole. Je mehr gleiche, umso mehr Geld gibt's. Und als dritte Option kann ich auch einfach die Maschine putzen und mir direkt zwei Geld einstreichen. Hat jemand seine fünfte Tasse gefüllt, wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt und dann gewinnt, wer die meisten Punkte über Siegpunkte-Marker und übrige Zuckerwürfel erspielt hat. Ein perfektes Spiel für unsere Gabi, möchte man meinen, denn Gabi ist Katzen-Fan und das Café Del Gatto Italienisch für Katzencafé lädt auf dem Cover mit einer comicartigen Darstellung einbesucht zu werden. Da Gabi dann auch noch in Altenburg in Thüringen das mobile Spielecafé mit Kaffee auf Schrank betreibt, ist das Setting doch geradezu eine Aufforderung. Das Spielmaterial ist hochwertig. Die verwendeten Kunststoffsteine für Milch und Kaffee sind haptisch echte Handschmeichler. Azul lässt grüßen und dennoch macht sich bei Gabi zumindest ein klein wenig Ernüchterung breit, denn das eigentliche Spiel hat mit der Schachteloptik nicht mehr so viel zu tun. Die Katzen kommen nur als kleines Illustrationsgimmick in Form von Keksen im Spiel vor. Vielmehr geht es dann darum, in recht abstrakter Form Preise auszuloten, Steine einzukaufen und sie so zu platzieren, dass es mitsamt der Symbole möglichst viele Punkte dafür gibt. Dabei entsteht dann auch ein Wettrennen um die Siegpunkte-Marker. Der Kniff, der einem Geld einbringt, wenn man auf Punkte verzichtet, ist ein Netter, ansonsten läuft das Spiel eher ruhig vor sich hin. Ein Familienspiel im leicht gehobenen Sektor also, denn die Berechnung der Punkte und Kosten muss halt doch erst einmal verinnerlicht werden. So ist das Spiel von der Mechanik dann nüchterner, als es die Schachtel vielleicht vermuten lässt. Zudem kommt ab drei Spielern auch ein zunehmender Glücksfaktor ins Spiel. Zu zweit steht die Taktik beim Entnehmen der Steine aus dem Angebot dann noch stärker im Vordergrund, insbesondere was nachrutschende Steine angeht. Damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht, ist man sich im Klaren darüber, dass man es hier mit einem Mix aus Punktemaximierung und Geldmanagement zu tun hat, dann ist Café Delgado auf jeden Fall, ein wenig beeinflusst von der Spielerzahl, insgesamt schon ein gutes Spiel, das Gabi sieben Punkte wert ist. In Österreich wurde es sogar ganz frisch durch die Wiener Spielerakademie mit dem Titel Spiel der Spiele 2023 ausgezeichnet, quasi dem österreichischen Pendant zu unserem Spiel des Jahres. Champions ist ein neues Partyspiel, bei dem wir berühmte oder auch weniger berühmte Persönlichkeiten in virtuelle Duelle schicken. Dazu werden in jeder Partie zunächst acht Namen notiert, das können Promis sein, fiktive Figuren, das können auch private Personen aus eurem Umfeld sein. Die werden wie bei einem Turnierplan zu Paarungen zusammengestellt und ihnen dann eine Themenkarte zugeordnet. Nun muss jeder für sich bei jedem Thema und jedem Paar entscheiden, wer wohl das Duell gewinnt, wer also das Thema besser erfüllt, zum Beispiel wer ständig rechts und links verwechselt oder wer als Faultier geboren wurde. So ergeben sich dann aus den Siegern neue Paarungen für die zwei Themen im Halbfinale und schließlich nochmals Sieger für das letzte Thema im Finale. So legt sich dann jeder auf einen Champion fest, alles geheim notiert auf der eigenen Spielertafel. Danach wird über die einzelnen Duelle mit Farbkarten abgestimmt, die Mehrheit bestimmt den Sieger, wofür es Punkte gibt. Wer dann zum Schluss auch auf den tatsächlich gewählten Champion getippt hat, erhält Bonuspunkte und nach zwei Durchgängen gewinnt, wer mehr Punkte gesammelt hat. Die Idee, virtuelle Duelle mit Namen von bekannten Personen oder Figuren auszutragen, finde ich witzig. Jeder hat da ja so seine eigene Meinung, was zu manchen Promi angeht, wobei es nicht nur Promis sein müssen, die ihr da notiert. Im Spiel gibt es Karten mit unzähligen Namensvorschlägen, wenn euch so gar nichts einfällt, sucht euch aber am besten nur die Namen aus, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Von der Schauspielerin über historische Persönlichkeiten, vom fiktiven Filmcharakter bis zur Märchenfigur ist da alles dabei, wobei ich tatsächlich so manchen Namen erst einmal googeln musste. Also von daher, ihr könnt auch einfach frei entscheiden und das Spiel wird sogar noch lustiger, wenn ihr Personen aus eurem privaten Umfeld einstreut, die sich dann in den Duellen wiederfinden. Allerdings sollte man das Spiel immer als das ansehen, was es ist, ein Fun-Spiel. Und wenn mir dann vier Mitspieler unterstellen, ich würde mein Duell im Mundgeruchsvergleich mit Schreck gewinnen, dann muss ich das wohl akzeptieren. Denn klar, ich werde monatelang beleidigt sein, ich werde mit niemandem mehr sprechen, aber sonst ist alles im Guten. Na, im Ernst, natürlich ist das alles hier mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Und rein spielerisch sind es dann auch nur diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Die Punktewertung rückt da fast schon in den Hintergrund, sie ist auch nicht übermäßig raffiniert, wenn bei Gleichständen zum Beispiel einfach ein einfaches, zufälliges Farbsymbol entscheidet, welcher Charakter im Spiel bleibt. Tipp, je mehr mitspielen, umso interessanter werden die Abstimmungen. Spielerisch mag das für so manche Personen banal wirken. Wer hingegen etwas auf Klatsch und Tratsch steht, im Idealfall sogar noch dazu bereit ist, kleine Begründungen für die eigene Wahl abzugeben, dann wird Champion zum lustigen Partyspiel, dem ich als Durchschnittswert sieben Punkte gebe, mit Abzügen nach unten für die, die so etwas gar nicht mögen, aber auch mit Aufschlägen für die, die zur perfekten Zielgruppe gehören. Und als Klassiker diesmal ein Doppelklassiker, ein Rückblick auf die vor sechs Jahren erschienene Neuauflage zum noch älteren Manhattan, das bereits im Jahr 1994 die Auszeichnung zum Spiel des Jahres erhielt. Worum geht's, wie der Titel schon verrät, um den berühmten New Yorker Stadtteil und somit auch um die von der Skyline bekannten Wolkenkratzer, die wir in diesem Spiel aus stapelbaren Plastikbausteinen unterschiedlicher Größe errichten. Wieder besitzt da einen Vorrat. Und dann gibt's den großen Spielplan, der in verschiedene Bezirke unterteilt ist und in jedem Bezirk wiederum Bauplätze zur Auswahl stellt. Nun ist das Spiel kartengesteuert. Eine gespielte Karte zeigt jeweils von der Spielplanseite aus gesehen, an der man sitzt, einen Bauplatz in einem frei wählbaren Bezirk. Aus einer vorher getroffenen Auswahl an Steinen werden diese dann platziert, wobei bereits vorhandene Gebäude nur dann erhöht werden dürfen, wenn die Anzahl der Steine der dominierenden Farbe dort mit der Größe des eigenen gesetzten Steins übereinstimmt oder übertroffen wird. Befinden sich bereits weitere Steine der eigenen Farbe im Turm, werden diese hinzugezählt. Nach jeder Runde wird gewertet, zählt dann die Anzahl eigener Gebäude, wobei man von oben auf die Bauplätze schaut und nur der oberste Stein den Besitzer des Wolkenkratzes bestimmt. Außerdem wird das höchste Gebäude belohnt und die Mehrheit in den einzelnen Stadtvierteln. Wurden rundenweise alle Steine verbaut, gewinnt nach der letzten Wertung, wer insgesamt die meisten Punkte gesammelt hat. Häufig sind es ja Kindheitserinnerungen, die einem bestimmte Spieler auch heute noch näher bringen. Dora erinnert sich dann noch gut an die Zeiten, in der sie das Spiel des Jahres 1994 in ihrer Familie spielte und den Mix aus etwas Glück beim Kartenziehen und den taktischen Entscheidungen beim Bauen toll fand. Die so entstehende Skyline ist natürlich ein kleiner Hingucker, vor allem auch in der modernisierten Optik der Neuauflage aus dem Jahr 2017. Einzige Einschränkung. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen sehen sich Gelb und Orange doch recht ähnlich, was nicht ganz so optimal gelöst ist. Spielerisch geht es dann natürlich um Punkte Maximierung in verschiedenen Kategorien mit einfachen Regeln, die aber auf jeden Fall taktische Überlegungen einfordern. Wer abstrakte Spiele mag, bei denen man die Mitspieler für die eigenen Zwecke ausmanövrieren sollte, der erhält für Manhattan auch im Jahr 2023 noch eine Empfehlung. Doris Rath, einfach öfter mal in der eigenen Sammlung nach alten Schätzen schauen, es lohnt sich. Dass in unserer schnelllebigen Zeit Spiele schnell im Regal verstauben, ist schade, umso schöner, wenn ein Verlag das auch so empfindet und einen älteren, lohnenswerten Titel mit einer Neuauflage ins Gedächtnis der Spieler zurückbringt beziehungsweise ihn in zeitloser Form neu entdecken lässt. Für Doris sind das bei Manhattan auch heute noch sehr gute acht Kultpunkte. Zu den gezeigten Spielen findet ihr natürlich auch wieder ausführliche Testberichte auf unserer Webseite. Wenn ich euch also zu schnell spreche, könnt ihr alles noch einmal in Ruhe nachlesen. Na, ist doch ein Angebot, oder? Und auch in den Ferien wird bei uns gespielt, zuletzt zum Beispiel Brian Burrow. Da geht es um die Herrschaft in Irland, um die Kontrolle des Landes durch Machtbestrebungen oder durch Heirat. Da müssen die Angriffe der Wikinger abgewährt werden, da werden Klöster errichtet, da wird um Support in den Städten und Dörfern gebohlt. Vor allem aber werden abwechselnde Allianzen geschmiedet und die Konkurrenz aus den Geschichtsbüchern verbannt. Spielerisch haben wir es dann mit einer Referenz auf die drei Säulen des Erfolges des historischen Brian Burrow zu tun. Diesen drei Säulen sind Farben zugeordnet und diese finden wir dann auf Karten. Mechanisch handelt es sich dann um ein Stichspiel mit einem trickreichen Kniff. Gewinne ich einen Stich, gewinne ich Einfluss in einer Stadt und kann so meine Macht in einer Region pushen. Verliere ich dagegen den Stich, führt mich das zu einer Aktion in der Kartenfarbe. Ein interessantes Konzept mit historischem Background also, das wir hier in Form eines taktischen Spiels auf leicht gehobenem Kennerspielniveau vorfinden. Books of Time ist eine Neuheit, bei der wir die Geschichtsbücher wortwörtlich schreiben, denn jeder besitzt hier drei Ringbücher mit Einwand und zunächst zwei ersten Startseiten. Nun geht es im Spiel darum, weitere Seiten zu erwerben, farblich passend zu den Büchern, doch diese Seiten kommen erst einmal in die eigene Auslage, müssen dann auch bezahlt werden, um sich später in die Bücher einzusetzen, aber immer an der aktuell aufgeklappten Stelle. Da es für bestimmte Symbolreihenfolgen in den Büchern Punkte gibt, ist die Reihenfolge wie die Seiten ins Buch gelangen und so ein Sofortbonus auslösen von großer Bedeutung. Dazu können wir auch über eine Aktion im Buch blättern, indem wir die aufgeklappten Seiten lesen, also die Aktionen auf den Buchseiten ausführen für neue Ressourcen, neue Seiten oder Fortschritte auf den drei Leisten, die einem weitere Boni- oder Siegpunktemöglichkeiten offerieren. Auch kann ein Buch geschlossen werden, um Boni abzugreifen und dann wird es im Anschluss von vorn durchgeblättert. Ein herausforderndes Puzzle-Konzept, was die Buchseiten und ihre Funktionen angeht, ein perfekt an Setting gekoppeltes Ressourcenmanagement in einer unverbrauchten Art und Weise mit einem schönen Material-Gimmick. Mehr dazu bald bei uns. Art Gallery lässt uns eine eigene Kunstsammlung erstellen. Auf dem Spielplan gibt es eine Art Rundparcours, der uns zum Shop für Gemäldeplättchen bzw. zum Gemäldeangebot führt. Gesteuert wird das über Zahlenkarten, die einen entsprechend viele Felder weit in beliebige Richtung laufen lassen. Am Ort angekommen wird nun im Blind Bidding eine zweite Karte verdeckt ausgespielt und die Reihenfolge der Karten mit einem eigenen Klötzchen festgehalten. Wurden acht Karten pro Spieler gespielt, bestimmt die übrig gebliebene neunte, den neuen Startspieler, dann wird aufgelöst. Im Shop werden gespielte Kartenwerte der Einsatzreihenfolge nach in Plättchen eingetauscht, die am Spielende einen Punkt liefern, drei Punkte, wenn man das passende Gemälde dazu besitzt. Bei den Gemälden wiederum wird der Wert der gespielten Karten verglichen. Ein Spieler kann auch mehrere Karten am selben Ort abgelegt haben, um seinen Anspruch zu sichern. Wer den höchsten Wert erzielt, erhält das Gemälde und mit ihm bis zu vier Symbole am Rand mit Punkten versehen. Am Spielende zählt die wertvollste durchgängige Symbolkette dann entsprechend viele Punkte. Mehr zum Spiel gibt's auch hier demnächst auf unserer Webseite. Mit Celia ist ein nagelneues Familienspiel, bei dem wir in die Welt der Pilze eintauchen. Ziel ist es, die Tautropfen von unseren Geländefeldern auf den eigenen Spielerboards nach und nach zu entfernen, indem wir sie auf das Feld mit dem Wirbelsymbol bewegen oder sie über stärkere Karten direkt von der Tafel nehmen. Jeder beginnt mit einem identischen Statik. Drei Karten werden gezogen und dann im eigenen Spielzug gespielt. Die Karten liefern Bewegungen der Tropfen oder sie liefern Blätter, mit denen neue Karten ins eigene Deck geholt werden können. Diese bieten dann stärkere Funktionen, teilweise unter festen Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine bestimmte Tropfenanzahl oder optionale Möglichkeiten für umliegende Felder und so weiter. Wird mit den Erweiterungskarten gespielt, kommen auch noch Soforteffekte beim Anheuern ins Spiel, die einem zum Beispiel zusätzliche Aktionsblättchen bescheren oder sogar ein weiteres Portal zum Entfernen der Tropfen. Entfernte Tropfen werden auf dem großen Rondellschrein gesammelt und ist die Auslage entsprechend der Spielerzahl gefüllt, wird dieser gedreht und somit als Würfel bestimmt, wo neue Tropfen auf den eigenen Plan kommen. Wer zuerst alle Tropfen entfernen konnte, gewinnt. Bei einem Gleichstand entscheiden die Blätter über den Sieg. Eine ausführliche Review gibt es bereits in wenigen Tagen bei uns. Squaring Circleville bezieht sich auf den im Jahr 1810 gegründeten Ort Circleville in Ohio, der auf einer kreisförmigen Wallanlage errichtet wurde. Dabei gilt die Stadt als Pionier für die Stadtplanung, als es darum ging, das ungewöhnliche Straßennetz in ein gewöhnliches Raster zu überführen. Nun geht es in dem komplexen Strategiespiel genau darum, als Bauleiter das kreisförmige Circleville umzubauen. So wird im Spiel nach und nach Stadtteil für Stadtteil abgerissen und durch neue Straßen und Gebäude ersetzt. Wichtig ist die Planung, wo der eigene Bauleiter eingesetzt wird, denn nur dort kann Arbeit verrichtet werden. Wurde ein Bereich vollendet, kommt es zur sofortigen Wertung. Zudem können Aktionslevel freigespielt werden, die dem Bauleiter mehr Möglichkeiten bescheren. Die Aktionen wiederum werden über eine taktische Auswahl im Aktionsrundell bestimmt. Statt einer Basisaktion können das dann auch verbesserte Aktionen sein, wenn entsprechende Fortschritte auf der passenden Leiste erzielt wurden. Wurde der letzte Bereich der Stadt vollendet, gewinnt der Bauleiter mit den meisten Punkten. Eine Rezension folgt. Village Rails ist ein taktisches Kartenlegespiel, bei dem wir Eisenbahnlinien in England bauen. So verbinden wir mit unseren Streckendörfern, versuchen ihre wechselnden Anforderungen zu erfüllen. Wir schließen Bahnhöfe und Gehüfte an, setzen Eisenbahnsignale und planen Abstellgleise ein. Die Wünsche der Bewohner, was ihre Reisen angeht, stehen dann auch stets im Kontrast zu den eigenen begrenzten Mitteln in diesem Tableau-Buildingspiel, das wohl Fans von Eisenbahnspielen besonders anspricht, bislang nur in englischer Sprache erhältlich. Das hier kennt ihr von uns schon länger und es wird auch weiterhin gern gespielt, das zum Kennerspiel des Jahres nominierte Planet Unknown. Da startet jeder mit einem zunächst leeren Planetenplan, der nach und nach mit Puzzleplättchen terraformt wird. Diese Plättchen werden über die drehbare Station Susan angeboten, alle spielen dann immer gleichzeitig und erhalten ein Plättchen aus ihrem zugeordneten Segment. Die Plättchen wiederum liefern Fortschritte auf den Leisten und diese wiederum liefern Punkte oder Vorteile wie Zusatzplättchen oder Karten. Mit dem Rover werden Lebenskapseln für Punkte eingesammelt und Meteoriten sollten ebenfalls vom Plan entfernt werden, denn am Spielende wird jede Reihe und Spalte mit Meteoriten nicht gewertet. Punkte gibt es dabei nur für vollständig gefüllte Reihen und Spalten, aber auch für private Aufträge oder Challenges unter den Spielern, jeweils im Vergleich zum Nachbarn. Das Spiel kann auch asymmetrisch gespielt werden, ein echtes Highlight, ausführlich beschrieben in einer eigenen Videoreview auf unserem Kanal. Ebenfalls zum Kennerspiel des Jahres nominierte Challenges, da spielen wir ein Fahnenraub-Turnier in sieben Runden. In jeder Runde wird einem ein Gegner zugelost und ein Turnierplatz. Mit Startkarten und später weiteren ausgewählten Karten duellieren wir uns, indem wir per Autobattler-Mechanik Karten vom eigenen verdeckten Stapel nach und nach aufdecken. Um den Fahnenbesitz zu übernehmen, braucht es denselben oder einen höheren Wert als die zuletzt ausgespielte Karte des Gegenübers. Auch über Summen oder spezielle Kartenfunktionen, die den Wert der Karten beeinflussen, kann die Fahne erobert werden. Ein Duell gewinnt, wer entweder als letzter im Spiel bleibt oder aber dessen Gegenspieler keinen Platz mehr für die Ablage geschlagener Karten auf seiner Bank besitzt. Für jedes gewonnene Duell gibt es eine Trophäe, wobei alle Duelle der Spieler immer parallel stattfinden. Die beiden Spieler mit den meisten Punkten kämpfen dann im Finalduell um den Sieg. Eine ausführliche Review zu diesem außergewöhnlichen Fun-Spiel gibt's auf unserem Kanal. Triketter ist ein Familienspiel rund um die Verbindung von drei Dingen, hier dargestellt durch hochwertige Tiersteine, die ein Trio bilden müssen. Für jede der sechs Tierarten darf dabei nur eine Triketter entstehen. Wer zu viele Steine sammelt und das Gleichgewicht stört, erhält Minuspunkte. So sind die Entscheidungen darüber, ob ich ausliegende Tiersteine durch weiteres Ziehen ergänze oder lieber eine Tierreihe nehme und aus der Runde aussteige von entscheidender Bedeutung. Da ist dann also Timing gefragt, wann ich zuschlage. Vielleicht am Ende sogar zu spät, wenn mir ein Mitspieler das Angebot wegschnappt. Schaffe ich es, die Steine so zu sammeln, dass ich Dreier-Kombos ohne überschüssige Steine erstellen kann, bin ich dem Sieg auf jeden Fall schon einen großen Schritt näher. Eine Rezension folgt. Die Neuheit Schrödingers Katzen erinnert an einen Klassiker aus den 90er Jahren an Blööf. In jeder Runde besitzt jede Handkarten, die sich auf das berühmte Gedankenexperiment beziehen. So fragen wir uns dann immer, wie viele Katzen in den Kartons lebendig und wie viele tot sind. Manche Kartons sind auch einfach leer und Heisenbergs nehmen jede Gestalt an, die gerade benötigt wird. So gilt es dann immer, eine Vorhersage zu machen, wie viele Karten an der bestimmten Art gerade im Spiel sind. Der Sitznachbar muss die Vorhersage anhand des roten Fadens auf dem Tippplanen erhöhen, kann dabei aber auch die Kategorie wechseln. Wer Karten als Beweis offen auslegt, darf Handkarten tauschen. Und wird eine Vorhersage angezweifelt, wird entschieden, wer Recht hat. Der Verlierer scheidet aus dem Spiel aus, beziehungsweise verliert je nach Spielerzahl ein Leben. Die Physikkatzen können einen bei diesem Unterfangen taktisch unterstützen und letztlich gilt, wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt diesen flotten Absacker. Und noch ein neuer Absacker, The Number, ein Bluff- und Deduktionsspiel. Da schreibt ihr in jeder Runde eine dreistellige Zahl von 000 bis 999 auf eure Tafel. Je höher der Zahlenwert, umso mehr Punkte locken aber. Aber gleicht eine verwendete Ziffer einer Ziffer einer niedrigen notierten Zahl eines Mitspielers, fliegt die höhere Zahl raus und der Spieler hält keine Punkte. Nun werden verwendete Ziffern von der eigenen Tafel gestrichen, sodass es im Laufe einer Runde immer weniger Auswahl gibt, was auch zu taktischen Überlegungen, was die Mitspiele angeht, führt. Ein Testbericht folgt. Habt ihr Lust, willkommen mit uns zu spielen, hey, dann kommt Dienstes und oder Donnerstags um 18 Uhr nach Witten ins Ruhrgebiet. Da gibt es unsere Spielkult-Spiele-Treffs. Mehr Infos erhaltet ihr über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Ich sage vielleicht, bis bald. Und weiter geht's dann nächste Woche mit Rezensionen unter anderem zum eben bereits kurz gezeigten Mycelia, zu Setup, sowie zu dem ebenfalls gerade schon gezeigten Schrödingers Katzen. Alle News findet ihr auf Facebook, Twitter und Insta und natürlich freuen wir uns über euren Klick auf unsere Webseite. Habt ein sonniges Wochenende und kommt gut durch die neue Woche. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.